Ein besonders ereignisreiches Jahr 2014 geht beim VC Wiesbaden zu Ende und so ganz ohne Überraschung können wir Sie dann doch nicht in die kleine Weihnachtspause gehen lassen. Wir haben dieses Jahr nach ganz besonderen Weihnachtsgrüßen gefragt, nämlich nach Weihnachtsgrüßen per Handyvideo. Und die haben wir auch gefunden für Sie. Los geht es mit dem Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Sven Gerich. Hallo liebe Mädels vom VC Wiesbaden, liebe Gäste in der Halle am Platz der Deutschen Einheit, herzlich willkommen heute zum letzten Saisonspiel gegen das Team aus Stuttgart. Ich wünsche euch viel Erfolg, vor allen Dingen aber schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! Ihre Trikornummer hat sie an unser Maskottchen Vincent verschenkt. Traditionell hatte sie nämlich die Nummer 1, Martina Nowotna. Liebe VCW-Familie, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Eure Martina Aus unserem Nachbarland Polen grüßt die Außenangreiferin der letzten Saison, Veronik Skorupka. Liebe VCW-Fans, ich wünsche euch für ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße aus Piwa. Sie hat sich in unsere Herzen gespielt. Also, ähm, zugespielt. Als Zuspielerin meine ich. Martina Viestova. Hallo liebe VCW-Freunde, ich wünsche euch auch schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr. Vergiss euch nicht, dass wir unsere Mädels ständig unterstützen müssen. In der Slowakei sagen wir frohe Weihnachten, Schiaßne, Ave Sala Dianotze. Diese beiden kennt man bestens beim VC Wiesbaden und bei unseren Gästen aus Stuttgart. Micheli Tomacella und Heather Meyers. Hallo, Merry Christmas and Happy Holidays. Hoi, Feliz Natal, hoi, Feliz Anno Novo. Best wishes from Stuttgart. Last but not least die Frau, die ständig unter Strom steht, ohne die aber so gar nichts beim VCW geht. Tag und Nacht sitzt sie im Büro, vor allem nachts. Zumindest dreht sie nachts noch schnell die Videogrüße für Sie. Nicole Vetting. Ich wünsche euch und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir freuen uns auf viele tolle, schöne, volleyballerische Momente 2015. Kommen Sie gut über die Feiertage und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Alles Liebe, alles Gute, Ihre VCW Geschäftsstelle.